Ahoi! Die wohl schnellste Fähre auf der Donau. Mit rund 40 kmh verbindet der Donaubus Ottensheim mit Linz Urfa. So wie ist das jetzt? Darf man während der Fahrt überhaupt mit dem Fahrer sprechen? Weil man muss ja doch konzentriert, dass kein Schiff uns entgegen rein fährt. Am Wasserwerfer ist anders wie am Straßenruf, am Wasserwerfer mit dem Fahrer sprechen. Das ist sogar sehr, dass du die Steuer darfst. Okay, dann reiß ich dir das Steuer aus der Hand. Okay, mach mal. Oh ja, da komm ich rein nachher. Oh ja, so durch und dann zack, zack, zack. Das kann man auch machen. Also wenn ich jetzt gar umme, dann fliegen alle auf der anderen Seite. Das darf man nicht. Aber das war halt lustig. 32,3 kmh. Wahnsinn! Und wie lang ist die Fahrt? Also wie viele Kilometer fahren wir da jetzt? 9 kmh. Wir fahren ungefähr 18 Minuten bis Linz. 18 Minuten bis Linz. Das ist aber flott. So schnell wie der Zug eigentlich. Ja, das ist ganz toll. Der Donaabus verfügt über zwölf Plätze. Selbstverständlich gibt es auch Getränke an Bord kräuflich zu erwerben. Der Donaabus ist täglich zwischen Ottensheim und Linz-Urfa ab 9.20 Uhr bis 18.20 Uhr unterwegs. Am Wochenende sogar bis 19.20 Uhr. Wir wünschen eine gute... ... 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